Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß. So, hier sind wir wieder. Jetzt ist schon bald Endspurt. Wir kümmern uns heute um die Tonleiter mit drei Vorzeichen, nämlich B, S und AS. Wo setze ich die ein? Ihr könnt es hier unten erkennen. Aus H wird B, ich spiele das mal auf dem Klavier, H wird zu B, aus E wird S, jeweils ein Halbton tiefer, und aus A wird AS. Die Tonleiter, die wir dabei herausbekommen, heißt S-Dur-Tonleiter und jetzt wollen wir sie einfach mal spielen. Wir suchen uns einen Ton S, den finde ich, wenn ich das E suche, B, und dann gehe ich einen Halbton tiefer zum S. Dort baue ich jetzt meine Tonleiter auf. S, F, G, jetzt AS, B, C, D, S. Hier im Schaubild könnt ihr es sehen. S auf der ersten Stufe ist schon meine erste schwarze Taste. Dann F, G, beim vierten Ton muss ich das AS benutzen, beim fünften Ton das B, dann geht es normal auf den weißen Tasten weiter mit C und D und beim letzten Ton benutze ich wieder das S genau wie bei meinem Ausgangston. Dann seht ihr, wir haben insgesamt vier schwarze Tasten. Drei davon haben verschiedene Namen, also drei Vorzeichen. und ich muss aber trotzdem vier schwarze Tasten benutzen und habe nur noch vier weiße Tasten in meinem Tonvorrat. Und ihr seht auch die Töne, die jetzt nicht bezeichnet sind, die sind die Töne, die frei bleiben, die wir also auslassen. Gehen wir nochmal zurück zu unseren Tasten, suchen uns das S, C, D, E, S und dann spielen wir nochmal. S, F, G, AS, B, C, D, S und runter S, D, C, B, AS, G, F, S So, nun seid ihr dran.